Musik Ich bin ein Fan vom Lauder, ja? Warum? Ja, weil er irgendwie sympathisch ist und weil er ein Gutes und weil er Österreicher ist. Also er persönlich ist man nicht sympathisch, sondern nur die Erfolge von ihm. Er ist ein extrovertierter Mensch, das hat er sehr oft bewiesen, aber das hat nichts mit einem Heroes zu tun unbedingt. Er ist nicht ganz der Heldentyp, sagen wir so. Ja, ich weiß nicht, was sich Menschen unter einem Heldentyp vorstellen, aber er macht das oder fährt seine Autorennen und macht das sehr gut. Das ist der Beruf eben. Das ist sein Beruf, er hat sich das als Beruf gewählt zumindest. Wir sind sogar den Fliegel abbraten, die Zuschauer, geht vorbei und reißt das Ding weg. Na gut, das siehst du nicht, fährst weg, fliegt er, das bleibt nach vorne, steigst du an. Was machst du mit den Reiten? Gibt es links vorne mit einem anderen Auto oder den 26er? Ich probiere jetzt aus. 1975 kommt Lauda als WM-Leader mit seinem Ferrari in die Steiermark. Das Rennwochenende geht als das Schwärzeste in die Geschichte des Österreich-Rings ein. Mark Donoghue verliert im letzten Training die Herrschaft über seinen Boliden und verletzt sich und zwei Streckenposten schwer. Als Folge des Unfalls wird die Strecke verändert und nach dem Starthügel die Heller-S-Schikane eingebaut. Der Amerikaner erliegt später im Spital, ebenso wie die Streckenposten, seinen Verletzungen. Das Rennen 1975 wird zur Regenschlacht und endet im Chaos. Bei Banteinregen sind wir nicht gestartet. Na gut, das hat einige Regen, stimmt, das regnet etwas mehr, aber es wird nur abgebrochen, wenn ein Wolkenbruch, wenn Schnee oder wenn Hagel fädelt, ansonsten nicht. Auch Ecclestone taucht vor dem Jurygebäude auf. Gemeinsam mit Montezémolant-Halm wird die Jury bestürmt. Stop it now, it's gonna be a big action. Stop this mess, it's gonna be a big action. Stop it right now. Stay there, go out. Um 17.13 Uhr unterbricht Rennleiter Wieser das Rennen. Idiot. Überraschungsseiger Vittorio Brambilla rast vor Freude in der Auslaufrunde mit seinem March in die Boxenmauer. Der Italiener gewinnt vor James Hunt. Es bleibt sein einziger Triumph in einem Formel-1-Rennen. Niki Lauda wird Sechster und am Saisonende zum ersten Mal Weltmeister. John Watson feiert 1976 seinen ersten Erfolg im Grand Prix-Sport. Das Rennen findet ohne Lauda und ohne Ferrari statt. Nach seinem Crash auf den Nürburgring kämpft Lauda um sein Comeback. 1977 wird Niki Lauda zum zweiten Mal Weltmeister. In Österreich muss er Alan Jones den Vortritt lassen. Der nimmt bei seinem ersten Sieg das Rennen aus der siebenten Startreihe in Angriff. Der Australier gewinnt mit einem Shadow. Das erste Siegerinterview gibt es für ORF-Reporter Dr. Helmut Marko. Wie war das Rennen an? Wie war das Rennen? Wie war das Rennen? Wie war das Rennen? Niki Lauda steht zum ersten Mal in seiner Karriere in der Heimat auf dem Podium. Er wird Zweiter. Nach vier Jahren bei Ferrari nimmt Niki Lauda eine neue Herausforderung an. Er unterschreibt ein lukratives Angebot beim Brabham-Besitzer und Strippenzieher der Formel 1, Bernie Eddlestone. Thank you very much. Now we can spend the money and leave. Okay. Okay. Bernie! Bernie! What are the order of the Karriere? Huh? What did I say? Six. Six. Peterson? No, he went off. No, but he's the last proceeded. That's it. Lap received it. What's going on? What's going on? And then? Auch 1978 wird der Grand Prix aufgrund des Regens in zwei Teilen gefahren und ein Mann hält alle Fäden schon damals in der Hand, Bernie Eddlestone. This, you take these laps that you've done already, and the race is now in two halves. Really? I don't get to start with one. No, 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 you count this half, and the next half, when he starts in total position, you start the race again. How many seconds have I got to beat? Yeah. Okay, thank you. Okay. How many seconds have I got to beat? Let's go. 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 Wonderful. Okay. Jetzt dreht sich Niki Lauda in der Rindkurve von der Strecke gerutscht. Die gebrochene Radaufhängung an seinem Brabham Alpha verhindert den möglichen Erfolg. Der legendäre Lotus-Boss Colin Chapman bejubelt nach 1973 den zweiten Erfolg des Schweden Ronny Patterson. Und Helmut Marko kämpft ums erste Interview. Ebenfalls seinen zweiten Erfolg schafft 1979 Alan Jones. Dieses Mal mit Williams. Und wieder gibt es für den ORF-Boxeninterviewer das erste Statement des Siegers. Er weiß es selbst nicht, sagt er, aber er hofft nur eines, dass es immer so bleibt. Also nochmals herzlichste Gratulation für den zweiten Sieger. Danke. 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 In dieser Saison verliert der Doppelweltmeister die Lust am Im-Kreis-Fahren. Er nimmt wenige Wochen später zum ersten Mal Abschied aus dem Formel-1-Zirkus, um sich seiner Fluglinie zu widmen. Niki Lauda sagt Arrivederci und steigt aus, aus der Formel-1, aber ist Gott sei Dank wieder zurückgekommen. Apropos zurückgekommen, auch wir sind gleich wieder zurück hier in Spielberg. Und wir sind hier, nein, nein, bei Gott nicht mehr alleine. Wir sind zurück in Spielberg, wo heute der 27. große Preis von Österreich auf dem Programm steht. Genau einmal ist es einem Österreicher gelungen, seinen Heim-Grand Prix zu gewinnen, 1984, nämlich Niki Lauda. Aber der Jubel hier, der war schon groß als Lauda, 1982 nach einer kleinen Auszeit zurückgekehrt ist in die Königsklasse des Motorsports. 1982 gelingt es McLaren-Teamchef Ron Dennis, Niki Lauda zu überreden, sein Sabbatical von der Formel-1 zu beenden. Bei seinem Comeback gelingt ihm Platz 5. Das Jahr 1982 ist in der Historie des Österreich-Rings mit dem Rennen der knappsten Entscheidung verankert. Jetzt kommt Rosberg nochmal nach innen, aber der Angelis gewinnt den Graubrieg von Österreich. Jawohl! Trotz aller Anstrengungen hat Niki Lauda im folgenden Jahr mit seinem motorisch unterlegenen McLaren-Fortsauger keine Chance. Gegen Österreich-Ring-Rekordsieger Alain Prost mit seinem Renault Turbo. 1984 sind erstmals drei Österreicher am Start. Die Wiener Jo Gartner, Niki Lauda und der Tiroler Neuling Gerhard Berger. Im Rennen scheidet Lauders Rivale um den Weltmeistertitel Alain Prost aus. Der Österreicher gewinnt, trotz Getriebeproblemen, sein Heimrennen. Immer schöner den Heimatkampri zu gewinnen wie woanders, aber der Sieg ist wahnsinnig wichtig für die Weltmeisterschaft. Auch 1985 greift der dreifache Weltmeister nach dem Sieg in Österreich. Doch das Rennen wird zum Ärger des Führenden aufgrund eines Startunfalls von Gerhard Berger abgebrochen. Bei der Fortsetzung des Rennens übersteht Andrea de Cesaris diesen Horrorcrash unverletzt. Erle Prost ist für zwei Jahre hintereinander der König von Spielberg. Niki Lauda scheidet in Führung liegend aus. Dein Konzept mit härteren Reifen zu fahren ist also voll aufgegangen. Und du hast auch zum Schluss, wie wir gesehen haben, auf die Zeiten von Prost gekonzt und fertig leicht ein Sieg ausgegangen. Absolut war alles im Griff. Ich bin sicher, dass irgendein Räutel heruntergefallen ist oder eine Leitung. Auf jeden Fall mit einem Schlag kein Ladedruck und dann geht er durch nichts mehr mit einem Turbomotor. Seinen Heim Grand Prix nützt Niki Lauda, um seinen endgültigen Abschied als Formel-1-Fahrer bekannt zu geben. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es jetzt an der Zeit ist, was anderes zu tun. Ich habe das einmal gemacht, aber ich habe mich diesmal wesentlich besser überweckt. Die Lauda hat transportiert heute hunderte von Menschen täglich. Wir werden nächstes Jahr neue Flugzeuge operieren und ich glaube, dass das eine noch größere Verantwortung bedarf, wie ich sie jetzt im Moment trage. Deswegen werde ich im nächsten Jahr keine Autorinnen fahren und werde mich voll und ganz um meine Firma kümmern. 1986 sind auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Spielberg alle ORF-Kameras auf Gerhard Berger gerichtet. Und einer legt ein besonderes Augenmerk auf den Benetton-Piloten. Der Tiroler beherrscht das Training und die Anfangsphase des Rennens und kämpft mit seinem Teamkollegen Theo Fabi um den Sieg bei seinem Heimrennen. 5,1 Sekunden haben wir gebraucht. Hoffentlich geht auch jetzt alles gut. Das ist jetzt die Phase, wo am meisten Herzklopfen hat man erwartet, bis man wieder hinauskommt. Heu, er hat keinen Gang drin. Heu. Es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem. Mit welchem Gefühl haben Sie den halben Grand Prix von Österreich angeführt? Es war so locker und so fein. War überhaupt kein Problem. Kein Druck. Es ist schon ein gutes Gefühl. Sogar Pichlanzgewinnen schon getaucht, gell? Ja, ich war mir eigentlich sicher. Bei den Fans kennt die Begeisterung um den Nachfolger von Niki Lauda keine Grenzen. Jeder bekommt eine Karte und nicht mehr, meine Herren. Sonst geht es ja alle aus. Habt ihr mich verstanden? Das mit den Leuten ist ein Wahnsinn da. Aber ich war schon davon, dass der Niki mitgemacht hat. Das ist unglaublich. Mir geht es wenigstens nur in Österreich so. Aber denen ist es bei den Neger auch schon so gegangen. Das war unglaublich. Also das muss man so anmachen, wenn sie... Haben Sie selber als Bub auch mit der Rennfahrer gesammelt? Nein. Alles, was mit Arbeit zu tun, kaputt, habe ich nicht gemacht. Da hätte ich wieder irgendwo hingehen müssen. Ich habe lieber eine Bierflasche zurückgetragen ins Geschäft und habe dafür zwei Schillen kassiert. 1987 wechselt Gerhard Berger zu Ferrari. Wie ist ein guter Rennfahrer? Nicht so gut. Gibt es bessere als ich? Nein. Wieso ist das besser als der Nikolauda? Der Nikolauda tut nicht mehr. Und das tut der Papa? Ja. Ist der Papa schon besser? Ja. Der ist viel besser. Der ist der Beste vom ganzen Rennen. Jedes Rennen? Mhm. Aber die haben wir verliert. Wieso denn? Weil das Auto aufstürmt. Du weißt es schon. Leider bewahrheitet sich die Vorhersage der kleinen Tochter. Das sind aber bei weitem nicht die einzigen Probleme in diesem Jahr. Am Anfang des Rennens kommt es auf der mittlerweile für die Formel 1 Autos viel zu engen Startgeraden, zweimal zu Massenkollisionen. Und die nächste Kollision, ja gibt's denn das? Doch nicht nur Sieger Nigel Mansell hat genug von den Crashes am Österreichring. Bernie Ecclestone kehrt mit seinem Zirkus erst nach 10 Jahren wieder auf den umgebauten und auf 4,3 Kilometer verkürzten Kurs in die Steiermark zurück. Hallo Austrian-Fans, Damon Hill. Hallo Austrian-Fans. Hallo Austria. Ich würde gerne hier sein. Liebe Österreichs-Fans, mir gefällt sie immer sehr gut wenn ich in Österreich bin. Ich sage nur Hallo alle Austrian-Fans. Ich liebe Kassel, weil wir gute Membrüse von letztem Jahr. Hallo, es ist toll, dass du in Austria bist. Ja, Jodie. Hallo, an die Allianz wie ausари und angeht sie sind. Ciao, an alle hosteninnen. Ciao, an alle hosten ins Aussagen. Tja, looser. Es sind alles gut, aber es wird gut verh 페ite, es wird bloß permet. Alexander Wurz ersetzt 1998 Gerhard Berger nach dessen Karriereende bei Benetton. 1999 erreicht der ORF-Ko-Kommentator mit Rang 5 sein bestes Resultat beim Heimrennen. Auf dem A1-Ring verewigen sich meist die Weltmeister der jeweiligen Saison auf dem Siegerbild. Für die Aufreger der Rennen im neuen Jahrtausend sorgt aber Michael Schumacher. Unrühmlicher Höhepunkt der von Ferrari-Teamchef Jean Todd befohlene Platztausch 2002. Rubens Baricello wird den Grand Prix von Österreich gewinnen und die Serie von Michael Schumacher geht, oder? Ja, gibt's denn das? Ja, das finde ich aber jetzt gar nicht. In der letzten Kurve. Das ist schade. Das ist schade. Oh, da Rubens wird kommen. Ich denke, es ist eine Team-Decision. Ich habe einfach einen zwei-jährigen Kontrakt mit ihnen und ich dachte, ich sollte Respekt haben. Das ist nicht unbedingt die Art und Weise, wie ich meinen ersten Österreich Grand Prix gewinnen wollte. Gar keine Frage. Anders als 2002 ist Michael Schumacher beim bisher letzten Rennen 2003 ein würdiger Sieger des Grand Prix von Österreich. Was ist das für dich? Der 64ste. Und das in der 27. Austragung? Ich habe erst 88 angefangen, dann 87 war der letzte. Ich habe gewusst, dass ich komme. Jetzt haben sie aufgehört. Und ich bin dann eigentlich 97 ist der erste gewesen, bis 2003, oder? Absolut korrekt. Richtig, genau. Und gibt es irgendein besonderes Erlebnis, das du uns auch vor der Kamera erzählen kannst? Nein, eigentlich nicht. Nein, gibt es nicht viel, oder? Weil eigentlich das war früher immer noch mit Gerhard Berger und seiner. Und jetzt ist zur besten Sendezeit. Die Sachen kann ich jetzt eh ja nicht erzählen. Okay, herzlichen Dank, Joe. Alles Gute für dein Team, für das Team von Sauber im Rennen. Siehst du, der schaut halt ein bisschen auf mich. Aber es gibt natürlich auch noch viele, viele Österreicher, die hier hinter den Kulissen arbeiten. Caroline Zobanik hat zwei gefunden, die schon seit vielen, vielen Jahren hier in der Formel 1 ein bisschen auch fürs Grobe zuständig sind. Definitiv nicht 9 to 5, sondern rund um die Uhr arbeiten die harten Jungs, welche die rasenden Motorhomes auf- und abbauen. Und das in einem Tempo, was einem schwindelig wird. Bei Sauber koordinieren zwei Österreicher im Hintergrund den Umzug des Formel 1-Tirkus. Also wir fahren relativ wenig. Letztes Jahr mit sieben Grand Prix waren es, ich glaube, zwölf Tage. Die Definition von wenig, aber ja auch kein Job wie jeder andere, sondern einer mit besonderen Herausforderungen. Das Schwierigste, man hat halt teilweise sehr wenig Platz zur Verfügung. Man muss halt auf wenig Platz genau arbeiten. Und das soll halt nichts passieren. Das wäre gut, denn die Masterminds erfüllen den Traum eines jeden Häuslbauers. Von Null auf Fertig in drei Tagen. Es geht gut voran. Wir haben jetzt momentan die Mittelbühne schon gestellt, die Küche geparkt. Als nächstes werden wir den Terrassenboden rauskloppen, also wir sind voll im Zeitplan. Damit aus der Baustelle ein mobiler Luxusbau wird. Zum Entspannen in der Pracht bleibt den Arbeitenden aber keine Zeit, denn das Motorhome muss natürlich über die Dauer der Renntage gewartet werden und dann auch schon wieder abgebaut. Am Sonntag nach dem Rennen, also jetzt dann gleich, kommt dann das Setup gut. Ich weiß, er mich unterstützt natürlich, weil allein kann ich das natürlich auch mitmachen. Und dann fangen wir an mit dem Abbau. Ein bisschen Teamatmosphäre kann man trotzdem schnuppern? Ja, vom eigenen Team schon, ja. Da kriegt man schon einiges mit, ja. Das heißt, Sie würden da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern auch, oder? Nein. Alles, was in den Motorhoms passiert, ist dann streng geheim, oder wie? Natürlich, ja. Und damit bleiben etwaige Geheimnisse gut aufgehoben. Sie haben beide Benzin im Blut und sind Friends of Red Bull. Nina Proll und Gregor Proll, schön, dass ihr da seid. Ihr seid aus der Boxcard rausgekommen. Willkommen, ja. Wir haben einen kleinen Rundkurs bekommen, beziehungsweise eine kleine Erklärung, was es für ein Auto ist und so weiter. Ja, und mir ist heute zum ersten Mal eine ganz große Ehre zuteil geworden in meiner Formel-1-Reporter-Karriere. Ein allererstes Mal darf ich mitfahren bei der Drivers' Parade und stehe da neben Nico Rosberg, der heute von Startplatz 3 ins Rennen geht. Wir fahren rein in die Kastrol. Nico, über das Sportliche sprechen wir vielleicht ein bisschen später. Zuerst das Atmosphärische. Nico Rosberg, ein Mann, ein Fahrer mit einem sehr engen Österreich-Bezug. Wie heimisch fühlst du dich hier? Also sehr, es ist ganz toll hier zu fahren. Es macht total Spaß hier auch, weil die Stimmung ist so gut, so viele Fans hier auch schon donnerstags. Also gigantisch und heute, glaube ich, auch ausverkauft. Also das ist schon toll zu sehen, also echt gigantisch. Sensationell, volles Haus hier auf dem Red Bull Ring. Aber der Nico, der kennt Österreich ganz gut. Der feiert immer Weihnachten, glaube ich, seit zehnmal in Österreich. Ja, Zell am See, mein ganzes Leben lang eigentlich. Und immer wieder schön und daher ist es echt schön, auch hier zu fahren. Eine letzte Frage habe ich noch. Beim Papa hat es 1979 nicht ganz geklappt. Er hat sich damals um, was waren es, fünfhundertstel Sekunden zwischen KK Rosberg und Elio De Angelis. Das habe ich im Vorfeld gehört. Ich werde das für den Papa ausbügeln von Startplatz 3. Wie groß ist die Zuversicht, dass es klappen wird mit dem Sieg hier? Ja, Zuversicht ist, ja, recht groß. Ja, aber es wird nicht einfach gegen die Williams. Aber ich habe ein Rennensetup drauf. Ja, deswegen war es im Qualifying auch ein bisschen schwierig. Von daher müsste es eigentlich gut gehen jetzt im Rennen. Je heißer, je besser auch für mich. Also bin guter Dinge, aber es wird nicht einfach. Herzlichen Dank, Nico. Alles Gute für das Rennen. Jetzt lassen wir den Nico da ein bisschen reinwinken ins Publikum. Und sind schon bei jenem Mann, der heute von Startplatz 2 ins Rennen geht. Einer der von Rosberg angesprochenen beiden Williams-Piloten, Valtteri Bottas. Congratulations. First of all for your best starting position ever in Formula 1. Was ist da möglich? Von Position P2 aus. Alles ist möglich. Wir müssen natürlich wissen, dass Mercedes sehr schnell fahren wird. Sie haben wirklich leistungsstarke Boliden im Rennen. Wir müssen kämpfen. Und das wird uns hoffentlich auch gelingen. Hoffentlich wird uns eine Höchstpunkteanzahl gelingen. Haben Sie mit Felipe über Kurve 1 gesprochen und auch über Kurve 2, die natürlich in der ersten Rennen ziemlich knifflig ist? Ich glaube, da müssen wir nicht extra darüber sprechen. Ich glaube, wir verstehen sehr gut, dass wir hier sind, um die Höchstpunkteanzahl für das Team herauszuholen. Wir wissen beide, dass man dumme Sachen einfach nicht machen sollte, dass wir fair fahren müssen. Und jetzt noch ganz kurz zu dieser tollen Stimmung hier in Österreich. Genießen Sie die. Ja, wirklich eine beeindruckende Stimmung. Großartig. Viele Leute, viele Feinds hier hergekommen sind. Die Landschaft ist super und auch der Kurs macht großen Spaß. Mir gefällt es sehr gut hier. Alles Gute. Danke, man, Jerry Bottas, Michael Bahnhofer. Wir machen eine kleine Runde da herüber und gesellen uns ganz kurz zu Nico Hülkenberg. Servus. Servus. Hammergeil. Also sowas, guck dir das an hier. Der Berg ist komplett voll. Man sieht nichts Grünes mehr, nur noch Leute. Und ich glaube, das ist lange, lange her. Also in meiner Karriere, wo ich in der Formel 1 bin, habe ich das noch nie gesehen. Von daher ist auch für mich was ganz Besonderes. Versuch, in der Kulisse zu fahren, macht richtig Spaß. Und wirklich Kompliment an die ganzen Organisatoren und alle, die hier mitgewirkt haben. Ja, das ist auch, bei mir kommt da ziemlich die Gänsehaut hoch. Ich war das erste Mal 1975 da. Da hat es den Nico noch lange nicht gegeben. Habe da erstens mal zugeschaut, bin auch da oben gestanden. Habe runtergewunken auf die Stars der damaligen Zeit. Nico, kommen wir auf die Gegenwart zurück. Was ist denn möglich von Startplatz 10? Ich glaube, einiges für uns heute. In Montreal waren wir auf einer Runde auch nicht die schnellsten. Aber im Rennen, im Long Run sahen wir richtig gut aus. Von daher hoffe ich, dass es heute wieder ähnlich ist. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass wir wirklich wieder gute Punkte einfahren können heute. Ein Problem hat es im Qualifying gestern gegeben. Beim Mehrren in Kurve 8, auch von Nico, ist eine Runde gestrichen worden oder eine Zeit gestrichen. Gibt es eine Information, wie die Rennleitung, wie die Stuarts das jetzt im Rennen dann handeln wollen? Ich glaube, im Rennen sind sie nicht ganz so streng. Weil da ist auch nicht so deutlich, dass man sich einen Vorteil dann geholt hat. Aber ich denke, wenn man mehrere Male über die Linie fährt und irgendwann wird es zu viel, dann kriegt man eine Warnung und irgendwann vielleicht auch mehr eine Strafe. Aber ich glaube, im Rennen sind so Sachen immer weniger kritisch als im Kolfang. Herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute fürs Rennen, Nico Hülkenberg. Und wir probieren da ganz kurz, uns da reinzudrücken zwischen die beiden guten Freunde, Kimi Räckhöhnen und Sebastian Vettel, weil sich der Sebastian so hübsch gemacht hat. Der hat die Leder nicht an. Hat er auch die richtigen Haxen dazu? Das ist die große Frage. Wie wohl fühlt er sich mit der Lederhose? Ja gut, aber ich glaube, meine Warnen sind ein bisschen zu klein. Ja, da müssen wir ein bisschen zulegen. Sebastian, winkt den Fans hier vor ausverkauften Haus, sensationelle Atmosphäre. Wie sehr beeindruckt ist das dem vierfachen Weltmeister, was sich hier abspielt auf den Rängen? Ja, ich glaube, ohne zu hochzugreifen, wenn man das ganze Wochenende sieht, ist es, glaube ich, mit das schönste Wochenende, was ich bis jetzt erlebt habe. Leider nicht in der besten Position. Das Rennen kommt natürlich heute erst noch, da freue ich mich auch drauf. Aber wie gesagt, von der Stimmung her ist es, also hat absolut volksfest Charakter. Sebastian, herzlichen Dank fürs Gespräch, alles Gute fürs Rennen. Und das mit den Wadeln, das wird es schon noch werden. Wir können den direkten Vergleich wagen mit seinem Teamkollegen. Auch Daniel Ricciardo hat die Lederhose ausgepackt. Hi Daniel, gut to see you in your new Lederhose. Du trägst ja die neuen Lederhosen. Wie fühlt sich das an? Trägst du zum ersten Mal Lederhosen? Ja, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Die sind bequemer, wenn man schon etwas Bier-Intus hat. Aber vielleicht schaffe ich es mal mit den Lederhosen aufs Oktoberfest. Jetzt noch kurz zum Rennen P5. Glaubst du, dass es möglich ist mit den Williams, mit Rosberg, um das Stocko zu kämpfen? Ich hoffe es zumindest. Ich glaube, dass das Tempo doch ziemlich hoch sein wird. Wir hoffen aber, dass wir die Reifen besser schonen können. Und dann haben wir vielleicht, wenn nicht am Anfang, dann am Ende des Rennens Chancen. Gut, die Kollegen haben sehr beeindruckende Leistungen gezeigt. Wird ein harter Kampf. Was sagst du zu den Fans hier? Wahnsinn. Wirklich wahnsinnig. Ich muss sagen, das übertrifft alle meine Erfahrungen. Erwarten an. Danke, alles Gute. Wir sind auch noch da ein bisschen rein ins Publikum und haben... Ja, den Philippe haben wir da. Philippe. Just a second. Er hat den Sohn mitgebracht, den kleinen Philippe. Philippe, how does it feel to start a Grand Prix from Pole Position after such a long time? Ich bin froh, dass wir uns das Rennen aus starten, nach so einer langen Zeit. Das ist natürlich immer das Tollste, was es gibt, von der Pole aus das Rennen zu beginnen. Ich bin also sehr froh, was uns gestern passiert ist. Das Rennen wird heute ziemlich lang. Ich hoffe aber, dass wir ein beeindruckendes Ergebnis hinlegen werden. Wird ein schwieriges Rennen, aber wir werden alles versuchen. Gestern hatten Sie da dieses kleine Neymar-Maskottchen. Heute auch? Ja, werde ich dabei haben. Alles Gute. Fürs Rennen. Nach einem Österreicher haben wir hier hier oben auf dem Trag leider vergebens gesucht, denn es gibt in der aktuellen Form der 1-Saison leider keinen in der Königsklasse des Motorsports. Und insgesamt in der Historie haben 15 Österreicher mindestens einen Formel 1 Grand Prix gefahren. Und einer, der war ganz knapp dran 1976. Aber es hat leider nicht ganz geklappt für Karl Opitzhauser. Karolin Pflanzl weiß, warum. Das ist er, jener Mann, der nie in der Formel 1 fahren durfte. Karl Opitzhauser, 72 Jahre alt, Autofreak, Autosammler, passionierter Rennfahrer. Und das seit über 50 Jahren. Mit 18 entdeckt er seine Liebe zum Autorennsport, fährt in den 60er Jahren die klassischen Flugplatzrennen, Seite an Seite mit Jochen Rind oder Helmut Marko. Sein großer Traum, 1976 auf dem Österreich-Ring ein Formel 1 Rennen zu fahren. Ich habe mir den Formel 1 gekauft und bin in Training gefahren. Und beim offensiellen Training dann, im freien Training bin ich gefahren. Beim offensiellen Training hat es dann geheißen, Herr Opitzhauser, innen fern zwei Punkte noch, dass sie die Art eine Lizenz kriegen. Stattdessen kommt ein anderer zum Zug. Neben Ertl in der 10. Reihe der 28-jährige Tiroler Hans Binder. Nur kommt Hans Binder nicht ins Ziel. Ein Defekt am Gaspedal, sieben Runden vor Schluss. Ich wäre sicher unter die ersten fünf gefahren. Weil ich habe ja schon ein sehr gutes Training gehabt. Ich war 14 Jahre dort vorher schon mit dem Turnwagen gefahren. Und dann bin ich vor mir drei, bin ich zwei, drei Rennen, glaube ich, auch gefahren dort am Österreich-Ring. Und dann habe ich jeden Stein gewusst, was da... Es war wirklich gefährlich, das Auto. Ein schwerer Unfall, das war Todesurteil mit dem Auto. Karl Opitzhauser konzentriert sich dafür auf andere Kategorien, fährt zurzeit im Tourenwagen-Cup und das ziemlich erfolgreich mit acht Siegen in acht Rennen im Vorjahr. Karl Opitzhauser fährt nach wie vor und neun österreichische Ex-Formel-1-Piloten, die fahren in Kürze. Auf dieses Ereignis haben sich die Fans hier mindestens so gefreut wie auf den eigentlichen Grand Prix. Wir beginnen die Serie beim BRM von Helmut Marko. Mit dem ist Dr. Helmut Marko im Jahr 72 gefahren. Jetzt hat er gerade einmal Platz genommen. Herr Marko, das hat ein bisschen ausgeschaut wie in der Badewanne. Wie ist es da wieder Platz zu nehmen in diesem Auto? Naja, das ist irgendwie ein irrsinnig gutes Gefühl. Und komischerweise war die Erinnerung gleich da. Weil bei dieser Karosserie hat man sich die Haut bei den Knöcheln immer ab. Aber das haben sie ein bisschen ausgeschnitten. Aber sonst scheint es das Originalauto zu sein. Okay, dann wünsche ich gute Fahrt und viel Spaß. Wir marschieren weiter zu Dieter Quester. Der steht da bei seinem Serti Serti Serti.